Welche Suren sind die Sünne bei diesen Gebäden? Hängt davon ab welches Gebäden der Prophet salallahu alaihi wa sallam zum Beispiel hat in bestimmten Gebäden in bestimmten Suren gelesen. Zum Beispiel die Zweiraka, Fajr, das heißt die Sünne von Fajr, die Zweiraka, die hat, kuhl, ja, wir sind Kaffir, und kuhl, wahlah, hachad gelesen. In Wüttel, hat der Prophet salallahu alaihi wa sallam, sabihis mir rabbi kalala, kuhl, ja, wir sind Kaffir, und kuhl, wahlah, hachad gelesen. Es gibt hier die Barakatze und ZT, und ZT und ZT und Tóri und ZT. Ich bin alles in Dir." Ich bin alles in der Gemeinwkarte. Ich bin alles in der Gemeinwkarte. Damit ihr Gratul Planen und ihr habt alles in Ruhe geblücken. Und das in jeder Kommission, ihr habt ihre Erfnem Röbe geblieben. Ich bin alles in dir. Ich bin alles in dir.